In den ersten Januartagen 1945 hatten die Deutschen unter dem Druck der inzwischen nachgerückten Roten Armee in aller Eile das schlesische Kohlebecken evakuiert. Während sie an anderen Orten unter ähnlichen Umständen nicht gezögert hatten, die Lager samt ihren Insassen zu verbrennen oder durch Waffengewalt zu vernichten, verfuhren sie im Bezirk Auschwitz anders. Auf Befehl von oben, offenbar von Hitler persönlich diktiert, musste jede arbeitsfähige Person, koste es was es wolle, geborgen werden. Alle gesunden Häftlinge wurden deshalb unter grauenhaften Umständen nach Buchenwald und Mauthausen evakuiert, während man die Kranken sich selber überließ. Es gibt verschiedene Anzeichen für die Annahme, dass die Deutschen ursprünglich die Absicht hatten, keinen einzigen Menschen lebend in den Konzentrationslagern zurückzulassen, aber durch einen massiven nächtlichen Luftangriff und die Geschwindigkeit des russischen Vormarsches wurden sie veranlasst, ihre Absicht zu erzeugen zu ändern, ihr Werk unvollendet zu lassen und ohne ihre Pflicht erfüllt zu haben, die Flucht zu ergreifen. Wir waren etwa 800, die im Krankenbau von Buna Monowitz zurückblieben. Davon starben ungefähr 500 infolge ihrer Krankheiten, erfroren oder verhungerten noch ehe die Russen kamen und weitere 200 starben trotz aller Hilfe in den unmittelbar folgenden Tagen. Die erste russische Patrouille tauchte gegen Mittag des 27. Januar 1945 in Sichtweite des Lagers auf. Schale und ich entdeckten sie zuerst. Wir waren dabei, die Leiche Somodjis, des ersten, der aus unserem Raum gestorben war, in das Massengrab zu transportieren. Wir kippten die Bahre auf dem zertretenen Schnee aus, denn da das Grab inzwischen voll war, gab es keine andere Begräbnismöglichkeit. Schale nahm die Mütze ab, um die Lebenden und die Toten zu grüßen. Es waren vier junge Soldaten zu Pferde. Vorsichtig ritten sie mit erhobenen Maschinenpistolen die Straße entlang, die das Lager begrenzte. Als sie den Stacheldraht erreicht hatten, hielten sie an, um sich umzusehen, wechselten scheu ein paar Worte und blickten wieder, von einer seltsamen Befangenheit gebannt, auf die durcheinanderliegenden Leichen, die zerstörten Baracken und auf uns wenige Lebende. Sie erschienen uns auf wunderbare Weise körperlich und hoch oben, die Straße lag höher als das Lager, auf ihren ungeheuren Pferden zwischen dem Grau des Schnees und dem Grau des Himmels, regungslos unter den Tauwetter verheißenden Windstößen. Es schien uns, als hätte das von Tod erfüllte nichts, indem wir seit zehn Tagen wie erloschene Sterne kreisten, ein festes Zentrum bekommen, einen Kondensationskern, und so war es wohl auch. Vier bewaffnete Männer, aber nicht gegen uns bewaffnet, vier Friedensboten mit bäuerischen, kindlichen Gesichtern unter den schweren Pelzmützen. Sie grüßten nicht, lächelten nicht, sie schienen befangen, nicht so sehr aus Mitleid als aus einer unbestimmten Hemmung heraus, die ihnen den Mund verschloss und ihre Augen an das düstere Schauspiel gefesselt hielt. Es war die gleiche wohlbekannte Scham, die uns nach den Selektionen und immer dann überkam, wenn wir Zeuge einer Misshandlung seien oder sie selbst erdulden mussten. Jene Scham, die die Deutschen nicht kannten, die der Gerechte empfindet vor einer Schuld, die ein anderer auf sich lädt und die ihn quält, weil sie existiert, weil sie unwiderruflich in die Welt der existenten Dinge eingebracht ist und weil sein guter Wille nichts oder nicht viel gilt und ohnmächtig ist, sie zu verhindern. Und dass die Spuren der Versündigung für immer in uns bleiben würden, in der Erinnerung derer, die es miterlebt haben, an den Orten, wo es geschehen war und in den Berichten, die wir darüber abgeben würden. Daher, und dies ist das ungeheuerliche Privileg unserer Generation und meines Volkes, hat niemals jemand besser als wir die unheilbare Natur der Versündigung begreifen können, die sich ausbreitet wie eine ansteckende Krankheit. Es ist unsinnig zu glauben, sie könne durch menschliche Gerechtigkeit getilgt werden. Sie ist eine unerschöpfliche Quelle des Bösen. Sie zerbricht Körper und Seele der Betroffenen, löscht sie aus und erniedrigt sie. Sie fällt als Schande auf die Unterdrücker zurück, schwelt als Hass in den Überlebenden fort und wuchert weiter auf tausend Arten, gegen den Willen aller, als Rachedurst, als moralisches Nachgeben, als Verleugnung, als Müdigkeit und als Verzicht. Diese Dinge, damals nur undeutlich und von den meisten nur als plötzliche Welle tödlicher Erschöpfung gespürt, mischten sich in unsere Freude über die Befreiung. Deshalb rannten nur wenige von uns den Rettern entgegen, verfielen nur wenige ins Gebet. Charles und ich standen regungslos neben der von Leichenblassen Gliedern überquellenden Grube, während andere den Stacheldraht niederrissen. Dann gingen wir mit der leeren Bahre wieder zurück, um unseren Kameraden die Nachricht zu bringen. Den ganzen übrigen Tag geschah gar nichts. Etwas, was uns nicht überraschte und woran wir seit langem gewöhnt waren. In unserem Raum wurde das Bett des Totens Somogy zum offensichtlichen Abscheu meiner beiden französischen Kameraden sofort von dem alten Tille besetzt. Tille war, soviel ich damals von ihm wusste, ein roter Winkel, ein deutscher politischer Gefangener und einer der alten Lagerinsassen. Als solcher hatte er aus angestammtem Recht zur Aristokratie des Lagers gehört, hatte keine körperliche Arbeit verrichten müssen, zumindest in den letzten Jahren nicht, und hatte von zu Hause Nahrungsmittel und Kleidung erhalten. Aus eben diesen Gründen waren die politischen Deutschen sehr selten zu Gast im Krankenbau, wo sie außerdem noch verschiedene Privilegien genossen, darunter das Entscheidende, den Selektionen zu entgehen. Da er im Augenblick der Befreiung der einzige seiner Art war, hatte ihn die fliehende SS als Blockältesten für Block 20 eingesetzt, zu dem außer unserem Raum mit lauter hochinfektiösen Kranken noch die TBC-Abteilung und die Ruheabteilung gehörten. Als Deutscher hatte er diese vorläufige Ernennung sehr ernst genommen. In den zehn Tagen, die das Verschwinden der SS von der Ankunft der Russen trennten, hatte Tille, während jeder einen letzten Kampf gegen Hunger, Kälte und Krankheit führte, seinen neuen Herrschaftsbereich eingehend inspiziert, den Zustand der Böden und der Essnäpfe und die Zahl der Decken kontrolliert. Eine für jeden, ob er nun lebte oder tot war. Bei einer seiner Visiten in unserem Raum hatte er sogar einmal Arthur gelobt wegen der Ordnung und Sauberkeit, die er mit Mühe aufrechterhalten hatte. Arthur, der kein Deutsch verstand und Tilles sächsischen Dialekt erst recht nicht, hatte ihm geantwortet, vieux dégoutant und putain de boche. Trotzdem hatte es sich Tille von jenem Tag an zur Gewohnheit gemacht, jeden Abend in unseren Raum zu kommen, wobei er eindeutig seine Befugnisse überschritt, und von dem komfortablen Holzeimer, der dort installiert war, Gebrauch zu machen. Im ganzen Lager der einzige, der regelmäßig in Ordnung gehalten wurde und der in der Nähe eines Ofens aufgestellt war. Bis zu diesem Tag also war der alte Tille für mich ein Fremder und deshalb ein Feind. Darüber hinaus ein mächtiger und infolgedessen ein gefährlicher Feind. Für Leute wie mich, und das heißt für die Mehrzahl der Lagerinsassen, gab es keine anderen Unterscheidungskategorien. Während des ganzen endlos langen Jahres im Lager war ich weder neugierig darauf gewesen, die komplizierten Strukturen der Lagerhierarchie zu erforschen, noch hatte ich die Gelegenheit dazu gehabt. Das düstere Gebäude böser Mächte lastete als Gesamtheit auf uns und unser Blick war auf den Boden geheftet. Und doch war es dieser Tille, ein altes Parteimitglied, in zahllosen Kämpfen für seine Partei und innerhalb seiner Partei hart geworden und versteinert von zehn Jahren wilden und zwielichtigen Lagerlebens, der der Gefährte und Vertraute meiner ersten Nacht in der Freiheit sein sollte. Den ganzen Tag über hatten wir zu viel zu tun gehabt, um das Ereignis zu besprechen, von dem wir doch wussten, dass es den entscheidenden Wendepunkt unserer ganzen Existenz bezeichnete. Und vielleicht hatten wir unbewusst die Beschäftigung gesucht, um keine Zeit zu haben, denn angesichts der Freiheit fühlten wir uns unsicher, ausgehöhlt, verkümmert, außerstande, unsere Rollen zu spielen. Aber es kam die Nacht, die kranken Kameraden schliefen ein. Auch Charles und Arthur fielen in einen unschuldigen Schlaf, denn sie waren erst seit einem Monat im Lager und hatten das Gift noch nicht in sich aufgesogen. Nur mich, obwohl erschöpft, ließen Übermüdung und Krankheit keinen Schlaf finden. Alle Glieder schmerzten, in meinem Kopf hämmerte konvulsivisch das Blut und ich spürte, wie das Fieber mich packte. Aber es war nicht nur das. Als ob ein Damm gebrochen sei, wurde ich gerade in dieser Stunde, da jede Bedrohung vorüberschien, da die Hoffnung auf eine Rückkehr ins Leben nicht mehr unsinnig war, von einem neuen und umfassenderen Schmerz ergriffen, begraben bis jetzt und von anderen, unmittelbaren Schmerzen an den Rand des Bewusstseins gedrängt. Dem Schmerz des Exils, der Sehnsucht nach der fernen Heimat, dem Schmerz der Einsamkeit, dem Schmerz um die verlorenen Freunde, die verlorene Jugend und um das Leichenherr ringsum. In meinem Jahr in Buna hatte ich vier Fünftel meiner Kameraden verschwinden sehen, aber die konkrete Gegenwart, das Lauern des Todes und seinen schmutzigen Hauch nur einen Schritt weit draußen vor dem Fenster, im Bett neben mir, in meinen eigenen Adern, hatte ich nie gespürt. So lag ich in einem kranken Halbschlaf, erfüllt von düsteren Gedanken. Aber sehr bald merkte ich, dass ich nicht allein wach war. Den schweren Atem der Schlafenden übertönte zeitweilig ein raues und unregelmäßiges Keuchen, unterbrochen von Husten, ersticktem Seufzen und Stöhnen. Tille weinte, ein mühsames und schamloses Altmännerweinen, unerträglich wie die Blöße eines Greises. Vielleicht hatte er im Dunkeln irgendeine Bewegung von mir wahrgenommen, und die Einsamkeit, die wir beide aus verschiedenen Gründen bis zu diesem Tage gesucht hatten, musste ihn ebenso bedrücken wie mich, denn mitten in der Nacht fragte er mich, bist du wach? Und ohne eine Antwort abzuwarten, arbeitete er sich mit großer Mühe bis zu meinem Bett vor und setzte sich wie selbstverständlich neben mich. Eine Verständigung war nicht leicht, nicht nur der Sprache wegen, sondern auch, weil die Gedanken, die wir in dieser langen Nacht auf dem Herzen hatten, maßlos, wunderlich und schrecklich waren, vor allem aber wirr. Ich sagte ihm, dass ich Heimweh hätte, und er sagte mir, indem er aufhörte zu weinen, zehn Jahre, zehn Jahre. Und nach zehn Jahren des Schweigens begann er mit einer dünnen, schrillen Stimme, grotesk und feierlich zugleich, die Internationale zu singen, und ich hörte zu, verwirrt, misstrauisch und bewegt. Der Morgen brachte uns die ersten Zeichen der Freiheit. Es erschienen, offensichtlich von den Russen geschickt, ungefähr 20 polnische Zivilisten, Männer und Frauen, die sich mit sehr geringem Enthusiasmus daran machten, Ordnung und Sauberkeit zwischen den Baracken herzustellen und die Leichen beiseite zu schaffen. Gegen Mittag erschien ein verängstigtes Kind, das eine Kuh an einem Strick hinter sich herzog. Es gab zu verstehen, dass sie für uns sei und dass die Russen sie schickten. Dann ließ es das Tier los und rannte davon wie der Blitz. Ich weiß nicht wie, aber in wenigen Minuten war das arme Tier geschlachtet, ausgenommen, zerlegt und die Stücke in alle Winkel des Lagers verteilt, wohin sich die Überlebenden verkrochen hatten. Vom nächsten Tag an sahen wir polnische Mädchen bleich vor Mitleid und Abscheu im Lager herumgehen. Sie wuschen die Kranken und verbanden, so gut es gingen, die Wunden. In der Mitte des Lagers zündeten sie ein ungeheures Feuer an, näherten es mit den Trümmern der zerstörten Baracken und kochten darauf in allen möglichen Gefäßen Suppe. Schließlich am dritten Tag sah man einen vierrädrigen Karren in das Lager einfahren. Triumphieren kutschiert von Jankel, einem Häftling. Er war ein junger russischer Jude, vielleicht der einzige Russe unter den Überlebenden und als solcher hatte er natürlicherweise die Funktion eines Dolmetschers und Verbindungsoffiziers zu den sowjetischen Kommandos übernommen. Unter lautem Peitschengeknall verkündete er, dass er den Auftrag habe, alle noch Lebenden in das Stammlager Auschwitz zu bringen, das in ein riesiges Lazarett umgewandelt worden sei, und zwar in kleinen Gruppen zu dreißig oder vierzig pro Tag, die schwer kranken zuerst. Inzwischen war das Tauwetter eingetreten, das wir seit so vielen Tagen gefürchtet hatten, und in dem Maße, wie der Schnee allmählich verschwand, verwandelte sich das Lager in einen ekelerregenden Morast. Der Geruch von Leichen und Unrat verpestete die Luft. Und der Tod hatte nicht aufgehört zu mähen. Dutzendweise starben die Kranken auf ihren kalten Pritschen. Es starben hier und dort auf den schlammigen Wegen, wie vom Blitz getroffen, die gierigsten Überlebenden, die sich blindlings dem gebieterischen Antrieb unseres alten Hungers folgend vollgestopft hatten mit den Fleischrationen der Russen, die noch in Kämpfe an der nahen Front verwickelt waren und diese Zuwendungen in unregelmäßigen Abständen ins Lager schickten, mal wenig, mal gar nichts, mal in ungeheuerlichem Überfluss. Ich nahm aber alles, was um mich herum vorging, nur bruchstückhaft und undeutlich auf. Es war, als hätten Erschöpfung und Krankheit wie wilde und feige Tiere im Hinterhalt den Augenblick abgewartet, an dem ich keinerlei Abwehrkräfte mehr hatte, um mich hinterrücks zu überfallen. Ich lag in einem fiebrigen Dämmerschlaf, nur halb bei Bewusstsein, brüderlich gepflegt von Schal und gequält von Durst und heftigen Schmerzen in den Gelenken. Es gab keine Ärzte und es gab keine Medikamente. Auch Halsweh hatte ich und die eine Gesichtshälfte war geschwollen. Die Haut, roh und rau geworden, schmerzte wie bei einer Verbrennung. Vielleicht hatte ich mehrere Krankheiten gleichzeitig. Als die Reihe, Jankels Karren zu besteigen, an mich kam, war ich nicht mehr in der Lage, mich auf den Beinen zu halten. Schal und Arthur hoben mich auf den Karren zu einer Ladung Sterbender. Ich hatte das Gefühl, mich nicht allzu sehr von ihnen zu unterscheiden. Es regnete und der Himmel hing niedrig und dunkel. Während mich der langsame Trab von Jankels Pferden der fernen Freiheit näherbrachte, zogen zum letzten Mal die Baracken an meinen Augen vorüber, in denen ich gelitten hatte und reifer geworden war. Der Appellplatz, auf dem sich noch immer Seite an Seite der Galgen und ein riesiger Weihnachtsbaum erhoben und das Tor der Sklaverei, auf dem noch immer nun nichtig geworden die drei hohen Worte zu lesen waren. Arbeit macht frei. In Buna wusste man nicht viel vom großen Lager, das heißt genauer von Auschwitz. Es gab nur wenige Häftlinge, die man von dem einen in das andere Lager versetzt hatte und diese wenigen waren nicht mitteilsam, kein Häftling war es, und man schenkte ihnen nicht ohne weiteres Glauben. Als Jankels Karren über die berüchtigte Schwelle fuhr, verschlug es uns den Atem. Buna Monowitz mit seinen zwölftausend Insassen war ein Dorf dagegen. Wohin wir jetzt kamen, das war eine riesige Großstadt. Keine hölzernen, einstöckigen Blocks, sondern zahllose, düstere, quadratische Gebäude aus grauem Stein, dreistöckig, eines wie das andere. Zwischen ihnen gepflasterte Straßen, geradlinig und rechtwinklig, soweit das Auge reichte. Das Ganze lag einsam, still, erstarrt unter dem niedrigen Himmel, voller Schlamm, Regen und Verlassenheit. Auch hier, wie an jeder Station unseres langen Weges, wurden wir zu unserer Überraschung mit einem Bad empfangen, obwohl wir so viele andere Dinge benötigt hätten. Aber diesmal war es kein Bad der Erniedrigung, kein grotesk, dämonisch-sakrales Bad. Ein Bad aus einer schwarzen Masse wie das andere, das unseren Abstieg in das Universum des Konzentrationslagers bezeichnet hatte und auch kein funktionelles, antiseptisches, hochtechnisiertes Bad, wie jenes viele Monate später bei unserer Übergabe an die Amerikaner, sondern es war ein Bad in russischer Manier, nach menschlichem Maß, improvisiert und oben hin. Ich will nicht daran zweifeln, dass unter diesen Umständen ein Bad das richtige war. Es war sogar notwendig und willkommen. Aber bei dieser, wie bei jeder der drei denkwürdigen Waschungen, ließ sich unschwer hinter dem konkreten und wörtlichen Sinn ein großer symbolischer Schatten erkennen, der unbewusste Wunsch der jeweiligen neuen Autorität, die uns in ihren Herrschaftsbereich aufnahmen, die Spuren unseres bisherigen Lebens von uns abzuwaschen, neue Menschen aus uns zu machen und, ihrem Modell entsprechend, ihr Siegel aufzudrücken. Die kräftigen Arme zweier sowjetischer Krankenschwestern hoben uns von dem Karren. Pommalou! Pommalou! Vorsichtig, vorsichtig! Es waren die ersten russischen Worte, die ich hörte. Die beiden Mädchen waren energisch und geschickt. Sie brachten uns in eines der Lagergebäude, die man notdürftig wieder benutzbar gemacht hatte und zogen uns aus. Wir mussten uns auf den Holz rosten, die den Boden bedeckten, ausstrecken und wurden mit sanften Händen, aber ohne weitere Umstände, von Kopf bis Fuß eingeseift, abgerieben, massiert und trocken gerieben. Die Operation verlief bei allen glatt und mühelos, bis auf einen schwachen, moralisch-jakobinischen Protest von Arthur, der erklärte, er sei ein libre citoyen. Die Berührung dieser Frauenhände auf seiner nackten Haut verursachte in seinem Unterbewusstsein einen Konflikt mit uralten Tabus. Ein ernsthafter Zwischenfall ereignete sich erst, als der letzte von uns an die Reihe kam. Wir wussten nichts von ihm, weil er außerstande war zu sprechen. Ein Gespenst, ein kahles Männchen, knotig wie ein Weinstock, abgemagert bis zum Skelett, zusammengekrümmt in einer schrecklichen Kontraktion aller Muskeln. Mit Mühe hatten sie ihn vom Karren gehoben, wie einen leblosen Klotz, und jetzt lag er am Boden auf der Seite, verkrümmt und starr, in einer verzweifelten Abwehrstellung, die Knie bis an die Stirn gezogen, die Ellbogen an die Seiten gepresst, die Hände überkreuz und die Finger gegen die Schultern gedrückt. Die russischen Schwestern waren unschlüssig, versuchten vergebens, ihn auf dem Rücken auszustrecken, wobei er spitze Mäuseschreie ausstieß. Im Übrigen war es vergebliche Mühe, denn seine Glieder, die zwar unter dem Druck nachgaben, schnellten, sobald man sie losließ, wieder in ihre Ausgangstellung zurück. Endlich fassten sie einen Entschluss und trugen ihn so, wie er war, unter die Dusche, und da sie genaue Weisungen hatten, wuschen sie auch ihn, so gut sie konnten, und zwangen Schwamm und Seife in den hölzernen Knäuel dieses Körpers. Anschließend spülten sie ihn gewissenhaft ab, indem sie einige Eimer warmes Wasser über ihn gossen. Charles und ich sahen nackt und dampfend der Szene voller Mitleid und Entsetzen zu. Während der eine Arm ausgestreckt wurde, konnte man einen Augenblick die tätowierte Zahl sehen. Es war ein Zweihunderttausender, einer aus den Vogesen. »Bon Dieu, c'est un français«, sagte Charles und drehte sich schweigend zur Wand. Man teilte jedem ein Hemd und Unterwäsche zu und führte uns zum russischen Friseur, damit uns zum letzten Mal auf unserem Weg die Haare kahl geschoren würden. Der Friseur war ein dunkelhaariger Riese mit wilden, irren Augen. Er übte seine Kunst mit roher Heftigkeit aus und trug aus unverständlichen Gründen eine Maschinenpistole umgehängt. »Italiano Mussolini«, sagte er in bösem Ton zu mir und zu den beiden Franzosen, »Français Laval«, woraus man lernen kann, wie wenig allgemeine Vorstellungen zum Verständnis der Einzelfälle beitragen. Hier trennten wir uns. Charles und Arthur schlossen sich, geheilt und in verhältnismäßig gutem Zustand, wieder der Gruppe der Franzosen an und verschwanden aus meinem Gesichtskreis. Ich wurde als Kranker in das Krankenrevier gebracht, summarisch untersucht und eilig in eine neue Infektionsabteilung eingewiesen. Das Krankenrevier war der Absicht nach eines und tatsächlich war es überfüllt mit Kranken. Die Deutschen hatten ja auf der Flucht nur die Schwerkranken in Monowitz, Auschwitz und Birkenau zurückgelassen und diese waren alle von den Russen im großen Lager versammelt worden. Es war aber keine Behandlungsstätte, konnte es nicht sein, weil nur ein paar Dutzend Ärzte da waren, die meisten selbst krank, Medikamente und ärztliches Gerät völlig fehlten und mindestens drei Viertel der 5000 Insassen des Lagers ärztlicher Behandlung bedurften. Der Raum, dem ich zugeteilt wurde, war ein ungeheurer dunkler Saal, bis unter die Decke angefüllt mit Leiden und Klagen. Für vielleicht 800 Kranke stand nur ein diensthabender Arzt und kein einziger Krankenpfleger zur Verfügung. Die Kranken mussten für ihre dringendsten Bedürfnisse und die ihrer kränkeren Kameraden selbst sorgen. Ich verbrachte dort eine einzige Nacht, die mir wie ein Albtraum in der Erinnerung haftet. Am Morgen lagen zu Dutzenden die Leichen in den Betten oder zusammengebrochen am Boden. Am nächsten Tag wurde ich in einen kleineren Raum mit nur 20 Betten gebracht. In einem von ihnen lag ich drei oder vier Tage mit hohem Fieber, nur zeitweise bei Bewusstsein, unfähig zu essen und von brennendem Durst gequält. Am fünften Tag war das Fieber gewichen. Ich fühlte mich leicht wie eine Wolke, ausgehungert und durchfroren, aber mein Kopf war frei, Augen und Ohren durch die erzwungene Untätigkeit sensibler geworden und ich war fähig, mit der Welt wieder Kontakt aufzunehmen. Im Laufe dieser wenigen Tage hatte sich eine auffällige Veränderung um mich herum vollzogen. Der letzte Hieb der Sense war getan, der Abschluss der Konten vollzogen. Die Todkranken waren gestorben, in allen anderen begann sich das Leben wieder stürmisch zu regen. Obwohl es heftig schneite, lagen die unheilvollen Straßen vor den Fenstern nicht mehr verlassen da, sondern brodelten wirr und lärmend von lebhaftem Kommen und Gehen, das seinen Sinn in sich selbst zu tragen schien. Bis in den späten Abend hörte man hallende Schreie, frohe oder zornige Rufe, Gesang. Trotzdem gelang es mir und meinen Bettnachbarn nur selten, unsere Gedanken abzuwenden von der beklemmenden Gegenwart, dem wilden Lebenswillen des Kleinsten und Hilflosesten unter uns, des Unschuldigsten, dem Kind Horbinek. Horbinek war ein Nichts, ein Kind des Todes, ein Kind von Auschwitz. Ungefähr drei Jahre alt, niemand wusste etwas von ihm, es konnte nicht sprechen und hatte keinen Namen. Den merkwürdigen Namen Horbinek hatten wir ihm gegeben. Eine der Frauen hatte mit diesen Silben vielleicht die unartikulierten Laute, die der Kleine manchmal von sich gab, gedeutet. Er war von den Hüften abwärts gelähmt und seine Beine, dünn wie Stöckchen, waren verkümmert, aber seine Augen, eingesunken in dem ausgezehrten, dreieckigen Gesicht, funkelten erschreckend lebendig, fordernd und voller Lebensanspruch, erfüllt von dem Willen, sich zu befreien, das Gefängnis der Stummheit aufzubrechen. Die Sehnsucht nach dem Wort, das ihm fehlte, das ihn zu lehren, niemand sich die Mühe gemacht hatte. Das Bedürfnis nach dem Wort sprach mit explosiver Dringlichkeit aus seinem Blick, seinem wilden und zugleich menschlichen Blick, mehr noch, einem reifen und urteilenden Blick, den niemand von uns ertragen konnte. So sehr war er durchdrungen von Kraft und Leid. Niemand außer Hennek. Mein Bettnachbar, ein kräftiger und blühender ungarischer Junge von 15 Jahren. Er brachte den halben Tag an Hurbineks Bett zu. Er war mehr mütterlich als väterlich. Wahrscheinlich hätte Hurbinek, wenn sich unser schwieriges Zusammenleben länger als einen Monat hingezogen hätte, von Hennek sprechen gelernt. Sicher besser als von den polnischen Mädchen, die zu zärtlich und zu eitel ihn mit Liebkosungen und Küssen verwirrten, aber nicht bereit waren, sich wirklich mit ihm zu beschäftigen. Hennek dagegen saß, ruhig und hartnäckig, neben der kleinen Swings, immun gegen die traurige Macht, die von ihr ausging. Er brachte Hurbinek zu essen, er machte ihm das Bett, er legte ihn mit geschickten Händen, ohne Ekel trocken und sprach zu ihm, ungarisch natürlich, mit langsamer und geduldiger Stimme. Nach einer Woche verkündete Hennek ernst, aber ohne eine Spur von Einbildung, dass Hurbinek ein Wort sage. Was für ein Wort? Er wusste es nicht, ein schwieriges Wort, kein ungarisches, irgendetwas wie Masklo, Matisklo. In der Nacht lauschten wir an angestrengt. Tatsächlich, aus der Ecke, wo Hurbinek lag, kam von Zeit zu Zeit ein Laut, ein Wort, nicht immer das Gleiche, um genau zu sein, aber bestimmt ein artikuliertes Wort, oder besser, artikulierte Worte, die sich leicht voneinander unterschieden, experimentierende Variationen über ein Thema, eine Wurzel, vielleicht über einen Namen. Hurbinek setzte seine beharrlichen Experimente fort, solange er lebte. In den folgenden Tagen hörten wir alle schweigend zu, ängstlich bemüht zu verstehen, denn alle Sprachen Europas waren unter uns vertreten, aber Hurbineks Wort blieb dunkel. Nein, es war sicher keine Botschaft, keine Offenbarung, vielleicht sein Name, wenn er je einen besessen hatte. Vielleicht wollte er, nach einer unserer Hypothesen, Essen sagen, oder Brot oder auch Fleisch auf Böhmisch, wie mit gutem Grund einer von uns behauptete, der diese Sprache verstand. Hurbinek, drei Jahre alt und vielleicht in Auschwitz geboren, Hurbinek, der nie einen Baum gesehen hatte und der bis zum letzten Atemzug gekämpft hatte, um Zutritt in die Welt der Menschen, aus der ihn eine bestialische Macht verbannt hatte, zu erhalten. Hurbinek, der Namenlose, dessen winziges Ärmchen noch mit der Tätowierung von Auschwitz gezeichnet war. Hurbinek starb in den ersten Tagen des März 1945. Frei, aber unerlöst. Nichts bleibt von ihm. Er legt Zeugnis ab durch diese meine Worte. Hennig war ein guter Kamerad und eine Quelle immer neuer Überraschungen. Sein Name war ebenso wie der Hurbinek ein Spitzname. Seinen richtigen Namen, König, hatten die beiden polnischen Mädchen in Hennig, das polnische Diminutiv von Heinrich, abgewandelt, denn beide empfanden, obwohl sie mindestens zehn Jahre älter waren als er, eine vieldeutige Sympathie für ihn, die sich bald in offenes Begehren verwandelte. Hennig König war als einziger in unserem Mikrokosmos des Elends weder krank noch rekonvaleszent, sondern von blühender Gesundheit des Körpers und der Seele. Er war von kleiner Gestalt und unscheinbarem Aussehen, hatte aber die Muskulatur eines Athleten. Hurbinek und uns gegenüber verhielt er sich liebevoll und hilfsbereit, hegte jedoch in aller Friedlichkeit blutrünstige Instinkte. Das Lager, tödliche Falle und Knochenmühle für die anderen war ihm eine gute Schule gewesen. In wenigen Monaten hatte es einen jungen, wachen Fleischfresser aus ihm gemacht, klug, wild und vorsichtig. In den vielen Stunden, die wir gemeinsam verbrachten, erzählte er mir das Wesentliche aus seinem kurzen Leben. Geboren und aufgewachsen in einem Bauernhaus in Transsilvanien, mitten im Wald, nahe der rumänischen Grenze, war er oft mit seinem Vater durch den Wald gegangen, sonntags, beide mit einem Gewehr. Warum mit einem Gewehr? Um zu jagen? Ja, auch um zu jagen, aber auch, um auf die Rumänen zu schießen. Und warum auf die Rumänen? Weil sie Rumänen sind, erklärte Hennig mit entwaffender Einfachheit. Auch sie schössen manchmal auf uns. Mit der ganzen Familie war er verhaftet und nach Auschwitz deportiert worden. Die anderen hatte man sofort getötet. Er hatte der SS erklärt, er sei 18 Jahre alt und Maurer, obgleich er 14 und Schüler war. So kam er nach Birkenau. In Birkenau dagegen hatte er sein wahres Alter angegeben und war dem Kinderblock zugeteilt worden und als der älteste und stärkste wurde er der Kapo. Die Kinder in Birkenau glichen den Zugvögeln. Nach wenigen Tagen brachte man sie in den Versuchsblock oder direkt in die Gaskammern. Hennig hatte die Situation sofort begriffen und sich als guter Kapo organisiert. Er knüpfte feste Beziehungen zu einem einflussreichen ungarischen Häftling an und hielt sich so bis zur Befreiung. Wenn im Kinderblock Selektionen stattfanden, war er es, der aussuchte. Empfand er keine Reue? Nein, warum sollte er? Gab es denn eine andere Art zu überleben? Bei der Evakuierung des Lagers hatte er sich klugerweise versteckt. Von seinem Versteck aus konnte er durch ein kleines Kellerfenster beobachten, wie die Deutschen in großer Eile die sagenumwobenen Magazine von Auschwitz ausräumten und wie ihnen im Chaos des Aufbruchs eine Menge Lebensmittel in Büchsen auf die Straße fielen. Sie hielten sich nicht damit auf, sie wieder einzusammeln, versuchten aber sie zu zerstören, indem sie mit den Ketten ihrer Panzer darüber hinweg fuhren. Viele Büchsen waren dabei in Schlamm und Schnee gedrückt worden, ohne kaputt zu gehen. In der Nacht war Hennig mit einem Sack hinausgegangen und hatte sich einen fantastischen Büchsenschatz gesichert, verformt, plattgedrückt, aber noch voll. Fleisch, Speck, Fisch, Obst und Vitamine. Er hatte natürlich keinem davon erzählt. Mir sagte er es, weil ich sein Bettnachbar war und ihm als Bewacher nützlich sein konnte. Und da er sich viele Stunden in geheimnisvollen Geschäften im Lager herumtrieb, während ich mich nicht bewegen durfte, war ihm meine Aufsicht wirklich von Nutzen. Er vertraute mir. Er steckte den Sack unter mein Bett und ließ mir in den folgenden Tagen einen gerechten Lohn in Naturalien zukommen, indem er mir erlaubte, die Nahrungsmittel herauszunehmen, die er in Qualität und Quantität meinem Krankheitszustand und der Größe meiner Dienste für angemessen hielt. Hurbinek war nicht das einzige Kind. Es gab andere in vergleichsweise gutem Gesundheitszustand. Sie hatten ihren eigenen kleinen Club gebildet, abgeschlossen und unzugänglich, und eine Einmischung der Erwachsenen war sichtlich unerwünscht. Es waren wilde und frühreife kleine Tiere. Sie unterhielten sich in Sprachen, die ich nicht verstand. Mitglied und oberste Autorität des Clans war ein Kind von nicht mehr als fünf Jahren. Peter Pavel Peter Pavel sprach mit niemandem und brauchte niemanden. Er war ein schönes, blondes und kräftiges Kind mit einem intelligenten und ungerührten Gesicht. Morgens stieg er mit langsamen, sicheren Bewegungen von seinem Bett im dritten Stockwerk herunter, ging in den Duschraum, füllte dort seinen Essnapf mit Wasser und wusch sich mit peinlicher Genauigkeit. Dann verschwand er für den ganzen Tag und erschien nur kurz zur Mittagszeit, um in demselben Essnapf seine Suppe zu holen. Zum Abendessen schließlich kam er wieder. Aas ging wieder hinaus, kam kurz darauf mit einem Nachttopf zurück, stellte ihn in die Ecke hinter den Ofen, setzte sich ein paar Minuten darauf, verschwand mitsamt dem Topf, kehrte ohne ihn zurück und kletterte langsam und bedächtig zu seinem Bett hinauf, wickelte sich sorgfältig in seine Decken, rückte das Kissen zurecht und schlief bis zum Morgen ohne sich zu rühren. Wenige Tage nach meiner Ankunft sah ich mit Unbehagen ein bekanntes Gesicht auftauchen. Alle in Buna kannten ihn. Er war der jüngste der Gefangenen, erst zwölf Jahre alt. Alles an ihm war außergewöhnlich, angefangen von seiner Anwesenheit im Lager, das Kinder normalerweise nicht lebend betraten. Niemand wusste, wie und warum er Zutritt gefunden hatte und gleichzeitig wussten es alle nur zu genau. Seine Stellung war außergewöhnlich, da er nicht zur Arbeit ging, sondern halb abgeschlossen im Block der Funktionäre residierte, und schließlich war allein schon sein Aussehen außergewöhnlich. Er war zu schnell und schlecht gewachsen. Aus dem stämmigen kurzen Rumpf ragten wie bei einer Spinne überlange Arme und Beine. In dem blassen Gesicht, das nicht ohne kindlichen Liebreiz war, ragte ein ungeheurer Kiefer weiter hervor als die Nase. Der kleine Kiepura war der Bursche und Schützling des Lagerkapos, des Kapos über alle Kapos. Niemand liebte ihn, außer seinem Beschützer. Im Schatten der Macht führte er wohlgenährt und gut gekleidet bis zum letzten Tage eine zweifelhafte und frivole Favoritenexistenz, durchzogen von Klatsch, Denunziationen und verzerrten Leidenschaften. Sein Name wurde, wie ich hoffe, zu Unrecht, immer in den krassesten Fällen anonymer Meldungen bei der politischen Abteilung und bei der SS geflüstert, weshalb ihn alle fürchteten und ihm auswichen. Jetzt war der Lagerkapo, bar jeder Macht, auf dem Marsch nach Westen und der kleine Kiepura, der sich von einer harmlosen Krankheit erholte, musste den gleichen Weg gehen wie wir. Er erhielt ein Bett und einen Essnapf und trat in unseren Lebenskreis. Hennig und ich richteten wenige und vorsichtige Worte an ihn, weil wir Misstrauen und feindseliges Mitleid ihm gegenüber empfanden, aber er antwortete kaum. Zwei Tage lang schwieg er, lag zusammengekrümmt im Bett, den Blick ins Leere gerichtet und die Fäuste auf der Brust geballt. Dann plötzlich fing er an zu sprechen, und wir wünschten uns sehnlichst sein Schweigen zurück. Der kleine Kiepura sprach wie im Traum. Und sein Traum war, er habe Karriere gemacht, sei ein Kapo geworden. Man wusste nicht, war es Wahnsinn oder kindischer, finsterer Scherz. Pausenlos sang und pfiff der Junge in seinem Bett unter der Decke die Märsche von Buna, die brutalen Rhythmen, die jeden Abend und jeden Morgen unsere müden Schritte skandiert hatten. Auf Deutsch brüllte er einer nicht existierenden Schar von Sklaven gebieterische Befehle zu. Aufstehen, Schweine, verstanden? Betten bauen, aber marsch! Schuhe putzen! Angetreten, Läusekontrolle! Fußkontrolle! Füße erzeugen, Saubande! Schon wieder dreckig, du Scheißkerl! Pass bloß auf, ich mach keine Witze! Wenn ich dich nochmal erwische, geht's ab ins Krematorium! Dann schreiend wie die deutschen Soldaten. Angetreten, Vordermann und Seitenrichtung, den Kragen runter, Gleichschritt, Marsch, im Takt der Musik, Hände an die Hosennaht! Und wieder, nach einer Pause, mit schriller, arroganter Stimme, Das hier ist kein Sanatorium! Das ist ein deutsches Lager mit Namen Auschwitz, und raus kommt man nur durch den Kamin! Wenn's dir nicht passt, klar? Wenn's dir nicht gefällt, brauchst du nur an den elektrischen Draht zu gehen! Der kleine Kiepura verschwand nach wenigen Tagen zur allgemeinen Erleichterung. Unter uns, die wir schwach und krank, aber von ängstlicher, scheuer Freude über die wiedergewonnene Freiheit erfüllt waren, hatte seine Gegenwart anstößig wie die eines Leichnams gewirkt, und das Mitleid, das er in uns erregte, war mit Schrecken gemischt. Vergeblich bemühten wir uns, ihn aus seinem Delirium zu reißen. Das Gift des Lagers war zu tief in ihn eingedrungen. Die beiden polnischen Mädchen, die die Aufgabe von Krankenpflegerinnen versahen, in Wirklichkeit ziemlich schlecht, hießen Hanka und Jadzia. Hanka war eine ehemalige Kapo, wie man an ihrem ungeschorenen Haar, noch deutlicher aber an ihrem arroganten Auftreten erkennen konnte. Sie war kaum älter als 24, von mittlerer Größe, mit olivenfarbenem Tarn und harten, vulgären Zügen. In dieser von vergangenem und gegenwärtigem Leiden, von Hoffnung und Mitleid erfüllten Atmosphäre verbrachte sie die Tage vor dem Spiegel, beschäftigte sich damit, ihre Fuß- und Fingernägel zu feilen oder sich vor dem gleichgültigen und ironischen Hennig aufzuspielen. Sie nahmen, ihrer Meinung nach, einen höheren Rang ein als Jadzia. Allerdings war es nicht schwer, eine so kümmerliche Kreatur an Autorität zu übertreffen. Jadzia war ein kleines, schüchternes Mädchen mit krankhaft rötlicher Hautfarbe. Ihr anämisches Fleisch war jedoch gequält, von innen heraus verzehrt, aufgewühlt von einem unaufhörlichen, geheimen Sturm. Sie begehrte, verlangte, brauchte unverzüglich einen Mann, irgendeinen Mann, alle Männer, sofort. Jedes männliche Wesen, das in ihre Nähe kam, zog sie an, zog sie physisch unwiderstehlich an, wie der Magnet das Eisen. Jadzia starrte den Mann mit verzauberten und verzückten Blicken an, erhob sich aus ihrer Ecke, ging mit den unsicheren Schritten einer Schlafwanderin auf ihn zu, suchte seine Berührung. Entfernte er sich, so folgte sie ihm in einiger Entfernung, schweigend, im Abstand von ein paar Metern, kehrte dann mit gesenktem Blick an ihren Platz zurück und versank wieder in stumpfe Trägheit. Nahm der Mann von ihr Notiz, wickelte Jadzia ihn ein, verschlang ihn, ergriff von ihm Besitz mit jenen blinden, stummen, zittrigen, langsamen und sicheren Bewegungen, wie sie am Möben unter dem Mikroskop zeigen. Ihr erstes und hauptsächliches Ziel war natürlich Hennig, aber Hennig wollte nicht, verhöhnte und beschimpfte sie. Dennoch war ihm, praktisch wie er war, der Fall nicht gleichgültig und er hatte Noir, seinen großen Freund, darauf hingewiesen. Noir lebte nicht in unserem Saal, er lebte vielmehr an jedem Ort und nirgends, ein Nomade, ungebunden, froh über die Luft, die er atmete und die Erde, auf die seine Füße traten. Er war der Scheißminister des freien Auschwitz, Aufseher über die Latrinen und Abfallgruben, aber trotz dieser unreinen Aufgabe, die er übrigens freiwillig übernommen hatte, haftete ihm nichts Schmutziges an, oder wenn, dann war es übertönt und getilgt durch die stürmische Kraft seiner Vitalität. Noir war ein blutjunger Pantagruel, stark wie ein Pferd, gefräßig und geil. So wie Yatsia alle Männer wollte, wollte Noir alle Frauen. Aber während die zarte Yatsia sich damit begnügte, um sich herum, wie die Molluske am Felsen, ihre brüchigen Netze auszulegen, kreuzte Noir, hochfliegender Vogel, vom Morgengrauen bis in die Nacht durch alle Straßen des Lagers auf dem Kutschbock seines ekelhaften Fahrzeugs, knallte mit der Peitsche und sang aus voller Kehle. Sein Karren hielt vor dem Eingang eines jeden Blocks und während seine Untergebenen schmutzig, übel riechend und fluchend ihre widerwärtige Last einsammelten, trieb sich Noir in den Frauensälen herum, einem orientalischen Fürsten gleich in eine fantastische, buntschäckige Jacke voller Flicken und Knöpfe gekleidet. Seine Liebeszusammenkünfte glichen einem Orkan. Er war der Freund aller Männer und der Liebhaber aller Frauen. Die Sintflut war vorüber. Am schwarzen Himmel von Auschwitz sah Noir den Regenbogen aufglänzen und die Welt war sein, um sie wieder zu bevölkern. Frau Vita, oder vielmehr Frau Vita, wie alle sie nannten, liebte hingegen alle menschlichen Wesen mit einer einfachen und brüderlichen Liebe. Frau Vita mit dem zerstörten Körper und dem sanften, klaren Gesicht war eine junge Witwe aus Triest, halb Jüdin, eine Überlebende aus Birkenau. Sie verbrachte viele Stunden an meinem Bett, erzählte mir mit triestinischer Sprunghaftigkeit lachend und weinend von tausend Dingen zugleich. Ihr Gesundheitszustand war gut, aber sie selbst tief verletzt und verwundet von dem, was sie erlebt und gesehen hatte in einem Jahr Lager und in den letzten fürchterlichen Tagen. Man hatte sie zum Transport der Leichen abkommandiert, der Leichenteile, erbarmungswürdiger, anonymer Überreste und diese letzten Bilder lasteten auf ihr wie ein Berg. Sie versuchte sie zu bannen, sich reinzuwaschen von ihnen, indem sie sich blind links in eine turbulente Aktivität stürzte. Als Einzige kümmerte sie sich mit frenetischer Nächstenliebe um die Kranken und die Kinder, putzte, wenn ihr noch Zeit blieb, wildwütig Fußböden und Fenster, säuberte mit großem Lärm Essnäpfe und Becher und rannte durch die Säle, um wahre oder erfundene Botschaften auszurichten. Wenn sie dann außer Atem zurückkehrte, setzte sie sich keuchend und mit feuchten Augen auf mein Bett, ausgehungert nach Worten, Vertrauen und menschlicher Wärme. Am Abend sprang sie nach beendetem Tagewerk plötzlich von ihrem Lager, unfähig, die Einsamkeit zu ertragen, und tanzte allein zum Klang ihrer eigenen Lieder zwischen den Betten, einen imaginären Mann zärtlich an ihre Brust drückend. Es war Frau Vita, die André und Antoine die Augen zudrückte, zwei jungen Bauern aus den Vogesen, meine Kameraden in den zehn Tagen des Interregnums und beide an Diphterie erkrankt. Mir kam es so vor, als kennte ich sie seit Urzeiten. Merkwürdigerweise wurden sie beide gleichzeitig von Durchfallheim gesucht, der sich bald als sehr schwer und tuberkulösen Ursprungs herausstellte und innerhalb weniger Tage neigte sich die Waagschale ihres Geschicks. Sie lagen in zwei benachbarten Betten, klagten nicht und ertrugen die furchtbaren Koliken, deren tödlichen Charakter sie nicht erkannten mit zusammengebissenen Zähnen. Sie sprachen nur miteinander, schüchtern und baten niemanden um Hilfe. André starb zuerst, mitten im Sprechen, mitten im Satz, ausgelöscht wie eine Kerze. Zwei Tage lang kam niemand, um ihn zu holen. Die Kinder betrachteten ihn mit erschreckender Neugier und spielten dann weiter in ihrer Ecke. Antoine blieb stumm und allein zurück, eingekapselt in eine Erwartung, die ihn verwandelte. Sein Ernährungszustand war nicht schlecht, aber nach zwei Tagen sah er erbarmungswürdig aus, wie aufgesogen von seinem Nachbarn. Mit Frau Vitas Hilfe konnten wir nach vielen vergeblichen Bemühungen einen Arzt auftreiben. Ich fragte ihn auf Deutsch, ob irgendetwas zu machen sei, ob Hoffnung bestehe und bat ihn nicht, auf Französisch zu antworten. Er antwortete auf Jiddisch mit einem kurzen Satz, den ich nicht verstand. Dann übersetzte er ins Deutsche. Sein Kamerad ruft ihn. Antoine folgte dem Ruf noch am selben Abend. Sie waren noch nicht 20 Jahre alt und nur einen Monat im Lager gewesen. Und schließlich, in einer stillen Nacht, kam Olga und brachte mir die Todesnachricht vom Lager Birkenau und vom Schicksal der Frauen aus meinem Transport. Ich wartete schon seit vielen Tagen auf sie. Ich kannte sie nicht persönlich, aber Frau Vita, die trotz ärztlichen Verbots auch die Kranken der anderen Abteilungen besuchte, um Leiden zu lindern und leidenschaftliche Gespräche zu führen, hatte uns von unserer wechselseitigen Gegenwart informiert und die verbotene Begegnung in jener dunklen Nacht, während alle schliefen, organisiert. Olga, eine jüdische, kroatische Partisanin, war mit ihrer Familie im Jahr 1942 in die Gegend von Asti geflohen und dort interniert worden. Sie gehörte also zu der Welle mehrerer tausend ausländischer Juden, die in dem paradoxen, offiziell antisemitischen Italien dieser Jahre Zuflucht und für kurze Zeit Frieden gefunden hatten. Sie war eine hochintelligente und kultivierte Frau, tapfer, schön und bewusst. Man hatte sie nach Birkenau deportiert, wo sie als einzige ihrer Familie am Leben geblieben war. Sie sprach perfekt italienisch. Aus Dankbarkeit und aufgrund ihres Temperaments hatte sie sich bald mit den Italienerinnen im Lager angefreundet, besonders mit denen, die in meinem Transport deportiert worden waren. Sie erzählte mir deren Geschichte, die Augen gesenkt beim Schein einer Kerze. Das heimliche Licht hob nur ihr Gesicht aus dem Dunkel, verschärfte die vorzeitigen Falten und verwandelte es in eine tragische Maske. Ein Taschentuch bedeckte ihren Kopf. Plötzlich knüpfte sie es los und die Maske bekam das Entsetzliche eines Totenschädels. Olgas Schädel war kahl, nur von einem kurzen, grauen Pflaumen bedeckt. Sie waren alle tot. Alle Kinder und alle Alten. Sofort. Von den 550 Personen, die ich am Lagereingang zum letzten Male gesehen hatte, waren nur 29 Frauen zum Lager Birkenau zugelassen worden und von diesen hatten nur 5 überlebt. Wanda war mit vollem Bewusstsein in die Gaskammer gegangen, im Oktober. Sie, Olga, hatte ihr zwei Schlaftabletten beschäft, aber das war nicht genug gewesen. Ende Februar fühlte ich mich nach einem Monat im Bett noch nicht wieder gesund. Aber das gefährliche Stadium der Krankheit schien überwunden. Ich war überzeugt, ich könne nie mehr gesund werden und zu Kräften kommen, wenn ich, und sei es mit Anstrengung, nicht aufstehen und mir Schuhe anziehen würde. Deshalb erbat ich vom Arzt an einem der seltenen Visitentage Ausgeherlaubnis. Der Arzt untersuchte mich oder tat wenigstens so. Er stellte fest, dass das Abschuppen des Schalachs beendet sei und sagte, dass ich seinetwegen gehen könne. Er riet mir, lächerlich genug, Anstrengungen und Kälte zu meiden und wünschte mir viel Glück. Aus einer Decke schnitt ich mir ein paar Fußlappen, nahm mir so viele Jacken und Leinenhosen, wie ich irgend auftreiben konnte, denn andere Kleidungsstücke gab es nicht, verabschiedete mich von Frau Vita und von Hennig und ging. Meine Füße trugen mich noch nicht so recht. Kaum im Freien begegnete ich einem sowjetischen Offizier. Er fotografierte mich und schenkte mir fünf Zigaretten. Etwas weiter fiel ich einem Mann in Zivil, der Männer zum Schneeschippen suchte in die Hände. Er schnappte mich, taub gegen meinen Protest, drückte mir eine Schaufel in die Hand und teilte mich einer Gruppe Schneeschipper zu. Ich bot ihm die fünf Zigaretten, aber er wies sie empört zurück. Er war ein ehemaliger Kapo und natürlich hatte er sein Amt behalten, denn wer sonst hätte es fertiggebracht, Leute wie uns Schneeschippen zu lassen. Ich versuchte es, hatte aber einfach nicht genügend Kraft. Wenn ich um die nächste Ecke hätte verschwinden können, wäre ich nicht mehr gesehen worden, zunächst aber musste ich mich von der Schaufel befreien. Sie zu verkaufen hätte sich vielleicht gelohnt, aber wem? Sie mit mir zu tragen und sei es auch nur wenige Schritte war gefährlich. Um sie zu vergraben gab es zu wenig Schnee, schließlich ließ ich sie in ein Kellerfenster fallen und war wieder frei. Ich schmuggelte mich in einen Block hinein. Die Wache war ein alter Ungar, wollte mich nicht hineinlassen, aber die Zigaretten stimmten ihn um. Drinnen war es warm, voll von Rauch, Lärm und unbekannten Gesichtern, aber am Abend bekam auch ich von der Suppe. Ich hoffte auf einige Tage Ruhe und schrittweise Gewöhnung an das aktive Leben und wusste nicht, dass ich es schlecht getroffen hatte. Bereits am nächsten Morgen geriet ich in einen russischen Transport, der zu einem geheimnisvollen Sammellager unterwegs war. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie und wann mein Griecher aus dem Nichts auftauchte. In jenen Tagen und an jenen Orten blies kurz nach dem Vorbeiziehen der Front ein Wirbelsturm über die Erde. Die Welt um uns schien in das Urchaos zurückgekehrt und wimmelte von absonderlichen, ungestalten, abnormen menschlichen Wesen. Jedes von ihnen lief mit blinden oder überlegten Bewegungen umher, rastlos auf der Suche nach dem eigenen Platz, der eigenen Sphäre, wie die Kosmogonien der alten dichterisch von den Teilchen der vier Elemente berichten. Auch ich war in den Wirbel hineingeraten. In einer eiskalten Nacht nach heftigem Schneefall fand ich mich lange vor Morgengrauen mit etwa zehn unbekannten Kameraden auf ein von Pferden gezogenes Militärfahrzeug geladen. Es war bitter kalt, der Himmel dicht mit Sternen übersät, hält sich im Osten allmählich auf und verhieß einen jener wunderbaren Sonnenaufgänge in der Ebene, die wir in der Zeit unserer Sklaverei auf dem Appellplatz des Lagers endlos mit angesehen hatten. Unser Führer und Bewacher war ein russischer Soldat. Er saß auf dem Kutschbock und sang lauthals die Sterne an. Gelegentlich wandte er sich auf die jeden Menschen eigene, seltsam zärtliche Weise den Pferden zu, mit liebevollem Tonfall und langen modulierten Sätzen. Wir hatten ihn natürlich über unser Ziel befragt, konnten aber nichts Verständliches erfahren, außer dass er, wie er durch gewisse rhythmische Pufflaute und durch Bewegungen der wie Kolben angewinkelten Ellbogen zu verstehen gab, nur die Aufgabe habe, uns zu einer Bahnlinie zu bringen. Und so geschah es. Bei Sonnenaufgang hielt das Fuhrwerk unten an einer Böschung. Die oben laufenden Gleise waren infolge eines kurz zurückliegenden Bombenangriffs etwa 50 Meter weit unterbrochen und verbogen. Der Soldat wies auf das eine der beiden Gleisenden, half uns vom Wagen und es war nötig. Die Reise hatte fast zwei Stunden gedauert. Der Wagen war klein gewesen und viele von uns waren durch die unbequeme Stellung und die schneidende Kälte so steif geworden, dass sie sich kaum bewegen konnten. Grüßte Jovial mit unverständlichen Worten wandte die Pferde und fuhr leise singend davon. Die Sonne war kaum aufgegangen, hinter einem Nebelschleier verschwunden. Von der Höhe des Eisenbahndammes war außer einer im Schnee begrabenen unendlichen flachen und verlassenen Ebene nichts zu sehen. Kein Dach, kein Baum. Stunden vergingen, niemand besaß eine Uhr. Wir waren, wie gesagt, ungefähr zehn. Ein Reichsdeutscher war dabei, der sich, wie viele andere deutsche Arier, nach der Befreiung ein einigermaßen höfliches und sichtlich vieldeutiges Benehmen angeeignet hatte. Kuriose Verwandlung, die ich schon an anderen beobachtet hatte. Bei einigen vollzog sie sich nach und nach, bei anderen innerhalb weniger Minuten nach dem Auftauchen der neuen Herrn mit dem roten Stern, auf deren breiten Gesichtern unschwer die Neigung abzulesen war und keine großen Umstände zu machen. Außerdem zwei lange hagere Brüder, Wiener Juden gegen 50, schweigsam und misstrauisch wie alle alten Häftlinge, ein Offizier aus dem regulären jugoslawischen Heer, der die Unterwürfigkeit und Trägheit des Lagers noch nicht abzuschütteln vermocht hatte und uns aus leeren Augen ansah und ein menschliches Wrack von unbestimmbarem Alter, ein Mann, der ununterbrochen auf Jiddisch vor sich hin redete, er gehörte zu den vielen, die das schreckliche Lagerleben weitgehend zerstört, dann aber am Leben gelassen hatte, gehüllt und dadurch vielleicht geschützt in einen dicken Panzer von Empfindungslosigkeit oder entrückt in offenen Wahnsinn. Und schließlich der Grieche, mit dem mich das Schicksal für eine unvergessliche Vagabundenwoche vereinigen sollte. Er hieß Mordonahum und hatte auf den ersten Blick nichts Besonderes an sich, außer seinen Schuhen, aus Leder, fast neu, ein elegantes Modell, unter diesen Umständen und an diesem Ort ein wahres Wunder, und dem Sack, den er auf den Rücken trug und der einen erstaunlichen Umfang und entsprechendes Gewicht hatte, wie ich in den folgenden Tagen feststellen sollte. Außer seiner Muttersprache sprach er Spanisch, wie alle Juden aus Saloniki, Französisch, Italienisch stockend, aber mit gutem Akzent und, wie ich später erfuhr, Türkisch, Bulgarisch und ein wenig Albanisch. Er war 40 Jahre alt, ziemlich groß, ging aber, wie die Kurzsichtigen, gebeugt, mit vorgestrecktem Hals. Er hatte rote Haut, rote Haare, große, blasse, wässrige Augen und eine riesige gebogene Nase, Er bekam dadurch das raubgierige und zugleich gehemmte Aussehen eines vom Licht überraschten Nachtvogels oder eines Raubfisches außerhalb seines natürlichen Elementes. Er genas von einer nicht genau zu bestimmenden Krankheit, die ihn mit extrem hohen, schwächenden Fieberanfällen heimgesucht hatte, und noch in den ersten Nächten der Reise überkamen ihn plötzliche Schwächezustände, begleitet von Schüttelfrost und Delirium. Obwohl wir uns gegenseitig nicht besonders zueinander hingezogen fühlten, verbanden uns doch die beiden gemeinsamen Sprachen und die unter diesen Umständen sehr spürbare Tatsache, dass wir in der kleinen Gruppe die beiden einzigen Südländer waren. Eine endlose Wartezeit verstrich. Wir waren hungrig, froren und mussten entweder stehen oder uns in den Schnee legen, weil, soweit das Auge reichte, kein Dach oder Unterschlupf zu sehen war. Gegen Mittag kündigte sich durch Schnauben und Rauch die Zivilisation an und streckte mitleidig in Gestalt eines kümmerlichen Güterzuges die Hand nach uns aus. Eine kleine Lokomotive, wie sie in normalen Zeiten innerhalb der Bahnhöfe zum Rangieren eingesetzt wird, zog drei oder vier Wagen. Der Zug hielt vor uns, am Ende des unterbrochenen Schienenstücks. Einige polnische Bauern, von denen wir nichts Brauchbares erfahren konnten, stiegen aus, zeigten verschlossene Gesichter und wichen uns aus, als seien wir von einer ansteckenden Krankheit verseucht. Und wir waren es ja auch, wahrscheinlich im wahrsten Sinn des Wortes, und unser Anblick mochte wirklich nicht besonders anziehend sein. Aber wir hatten dennoch die Illusion gehabt, von den ersten Zivilisten, denen wir nach unserer Befreiung begegnen würden, herzlicher empfangen zu werden. Wir kletterten alle in einen Waggon, und der kleine Zug fuhr beinahe sofort wieder zurück, nun geschoben von der Spielzeug-Lokomotive und nicht mehr gezogen. Beim nächsten Halt stiegen zwei Bäuerinnen ein, machten uns, nachdem Misstrauen und Sprachschwierigkeiten überwunden waren, einige wichtige geografische Angaben und teilten uns eine Neuigkeit mit, die, falls sie stimmte, eine Katastrophe verhieß. Die Schienen waren in der Nähe einer Ortschaft namens Neu-Benin unterbrochen, von wo aus eine jetzt zerstörte Nebenstrecke nach Auschwitz geführt hatte. Die beiden von der Unterbrechung wegführenden Gleisstücke liefen westlich nach Katowice bzw. östlich nach Krakau. Beide Orte lagen von Neu-Benin ungefähr 60 Kilometer entfernt, was bei dem schrecklichen Zustand, in den der Krieg die Eisenbahnlinie versetzt hatte, mindestens zwei Tage Reise bedeutete, wobei offen war, wie oft man Aufenthalt haben würde und wie oft man umsteigen müsste. Unser Zug fuhr in Richtung Krakau. Nach Krakau hatten die Russen bis vor wenigen Tagen eine ungeheure Zahl ehemaliger Gefangener transportiert und alle Kasernen, Schulen, Krankenhäuser und Klöster waren überfüllt mit Leuten, die sich im Zustand akuter Not befanden. Nach den Aussagen der Bäuerinnen wimmelte es in Krakaus Straßen von Menschen aller Rassen, die sich in Sekundenschnelle in Schmuggler, Schwarzhändler oder sogar in Räuber und Banditen verwandelt hatten. Schon seit mehreren Tagen wurden die ehemaligen Gefangenen in anderen Lagern rings um Katowice aufgefangen. Die beiden Frauen waren sehr erstaunt, dass wir uns auf der Reise nach Krakau befanden, wo, wie sie sagten, sogar die russische Garnison Hunger litt. Als sie unseren Bericht angehört hatten, besprachen sie sich kurz miteinander und erklärten dann, sie seien überzeugt, dass es sich um ein Irrtum unseres Begleiters, des russischen Kutschers gehandelt haben müsse, der uns in Unkenntnis der Gegend auf das östliche statt auf das westliche Gleisstöck gewiesen habe. Diese Mitteilung stürzte uns in ein Gewirr von Zweifeln und Ängsten. Wir hatten eine kurze, sichere Reise erhofft, ein Lager, das darauf vorbereitet war, uns aufzunehmen, einen erträglichen Ersatz für Zuhause und diese Hoffnung war Teil einer weitaus größeren Hoffnung, jener auf eine wohlgeordnete und gerechte Welt, wie durch ein Wunder wieder in ihre Fundamente gefügt, nach einer Ewigkeit von Umwälzungen, Verirrungen und Gemetzeln, nach langem Ausharren. Diese Hoffnung war naiv wie alle Hoffnungen, die auf einer zu scharfen Unterscheidung zwischen Gut und Böse, zwischen Vergangenheit und Zukunft beruhen, aber wir lebten von ihr. Diese erste Enttäuschung und die vielen unvermeidlichen kleinen und großen Enttäuschungen, die ihr folgen sollten, erfüllten die meisten von uns mit Schmerz, umso mehr, als man sie nicht vorausgesehen hatte, denn man träumt nicht Jahre, Jahrzehnte lang von einer besseren Welt, ohne sie sich vollkommen zu denken. Aber das Gegenteil war geschehen und nur die Klügsten unter uns hatten es vorausgesehen. Die Freiheit, die unwahrscheinliche und unmögliche Freiheit, so fern von Auschwitz, dass wir nur von ihr zu träumen wagten, war da, aber in das gelobte Land hatte sie uns nicht gebracht. Sie umgab uns, aber nur in Gestalt einer trostlosen, verlassenen Ebene. Andere Prüfungen erwarteten uns, andere Anstrengungen, anderer Hunger, andere Kälte, andere Ängste. Ich hatte seit 24 Stunden nichts zu mir genommen. Wir saßen auf dem hölzernen Boden des Waggons, Rücken an Rücken zum Schutz gegen die Kälte. Die Gleise waren holprig und unsere Köpfe, unsicher auf den Hälsen, stießen bei jeder Erschütterung gegen die Bretter der Waggonwand. Ich glaubte mich am Ende, nicht nur körperlich. Wie ein Läufer, der stundenlang gerannt ist und alle seine eigenen Kräfte erschöpft hat, die ursprünglichen natürlichen Kräfte und außerdem jene, die man erzwingt, die in den Augenblicken höchster Not dem Nichts abgerungen werden, der das Ziel erreicht und in dem Augenblick, da er erschöpft zu Boden sinken will, brutal wieder auf die Füße gestellt und gezwungen wird, weiterzulaufen in die Dunkelheit, einem anderen Ziel entgegen, von dem er nicht weiß, wie weit es entfernt ist. Ich hing bitteren Gedanken nach, dass die Natur selten etwas wieder gut macht und die menschliche Gesellschaft, die sich ängstlich und spät von den primitiven Schemata der Natur löst, ebenso. Und welch eine Errungenschaft es in der Geschichte des menschlichen Denkens bedeutet, so weit gekommen zu sein, dass man in der Natur nicht ein Vorbild sieht, sondern eine ungestallte Masse, die man formen oder einen Feind, den man bekämpfen muss. Untertitelung des ZDF, der